Hey Leute! Das hier soll nur eine ganz klitzekleine Ankündigung werden. Und zwar, ich möchte jetzt mein Instagram-Account soyemis-welt, so heiße ich bei Instagram, ein bisschen aktiver benutzen, als ich es bisher getan habe. Und werde alle paar Tage, immer wenn ich so zwei, drei Bücher gelesen habe, ein Foto hochposten, welche ich es dann bisher gelesen habe. So, dass ihr, so, und dann nach ein paar Tagen wieder halt die nächsten drei, vier und so, dass ihr dann seht, wie mein Stapel wächst und worauf ihr euch dann freuen könnt in dem Lesemonat oder in der eventuellen Rezension. So, dass ein kleiner Vorgeschmack dann da ist, dass ihr sehen könnt, was ich gelesen habe. Ich hoffe, das war jetzt nachvollziehbar. Also, ich werde halt, wie gesagt, alle paar Tage, wenn ich ein paar Bücher gelesen habe, ein Foto davon posten, sodass ihr halt wirklich sehen könnt, was habe ich gelesen, worauf könnt ihr euch freuen. Das wird dann so regelmäßig passieren, bis dann halt der Lesemonat folgt, auf YouTube dann. Und, ja, deswegen möchte ich jetzt halt den Instagram-Account halt regelmäßiger benutzen. Also, folgt mir auf Instagram und dann könnt ihr immer sehen, was ich gelesen habe, wie viel ich gelesen habe und worauf ihr euch freuen könnt. Das war's schon. Das war noch eine ganz kurze Ankündigung. Ähm, ja, folgt mir auf Instagram. Bis dann!